Viel Spaß beim Kampf. Ding, ding. Du hältst dich für taff? Dann zeig mal, was du kannst. Wow, die gibt Mama aber voll auf die Fresse. Gut so. Wie geht's dir, Lois? Sie, sie, sie ist zu stark, Joe. Ich hab keine Chance gegen sie. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Ich hab deine Hand im Kreißsaal gehalten. Ich hab gesehen, wie du drei Kinder ohne Geld aufgezogen hast. Du hast nie aufgegeben und gibst jetzt auch nicht auf. Denn du bist die härteste Frau, die ich kenne. Und wenn's ne Hall of Fame für Herzen gäbe, dann wäre deines das Größte und Tapferste darin. Peter, du bist in der falschen Ecke. Ach. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Verdammt! Schnauze! Haltet alle eure Schnauze! Das hat sehr viel Mut erfordert. Meine Damen und Herren, gleich beginnt die sechste Runde. Die Runde, in der Deirdre Jackson Lois Griffin umbringen wollte. Was glauben Sie, Floyd? Wird sie ihr Versprechen halten? Ein uneingelöstes Versprechen ist wie ein Kinderfahrrad. Man muss sich selbst treu bleiben. Oder wenigstens auch. Wenden wir uns wieder dem Ring zu. Bring es zu Ende. Eins, zwei. Louis, bleib liegen. Nicht aufstehen. Du musst nichts beweisen. Fünf, sechs. Wenn du aufstehst, bist du tot. Ich hab die Schnauze voll. Ich bin Felix. RISING UP BACK ON THE STREET TAKE MY TIME TOOK MY CHANCES Hauch schon nach, ist ja gut. Jetzt ist es aus, Griffin. Fragt sich nur, für wen? Ja, Lewis, du hast es geschafft, aber ich liebe dich unendlich. Und die Siegerin ist Lois Griffin.